Hey, hier ist Gregor Helgele und wir sind heute auf dem Videodreh zu Anna. Wenn ihr Bock habt, dann kommt noch mal ein bisschen rum und wir nehmen euch ein bisschen mit Behind the Scenes. Let's go! Vielleicht erstmal vorneweg. Anna steht für Anorexia, sprich für Magersucht. Ja, Thema, mit dem ich, als ich elf war, zu kämpfen hatte und so kam es auch zu dem Song. Deshalb kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, dass der Song ein bisschen artpersönlich ist für mich und warum ich auch echt lange damit gezögert habe, den Song zu veröffentlichen. Um ganz ehrlich zu sein, dachte ich ehrlich gesagt nicht, dass ich ihn veröffentliche und vor allem nicht schon so bald. Jeder hat irgendwie seinen Kampf in seinem Leben, seinen ganz, ganz großen Kampf. Und, keine Ahnung, bis oft ist es einfach scheiße und dann hilft vielleicht der Song an der Stelle da ein bisschen, sich nicht ganz so allein zu fühlen, ein bisschen Kraft zu tanken. Das ist zumindest die Hoffnung dahinter oder das kleine Träumchen. Und genau, hoffentlich gefällt er euch. Damit ich wieder ich bin. Oh! Anna hat mich zweiten. Hast du... Hallo! Meine Freunde wollen dich. Sie sagen mir, dass es einfach sein hat. Keine Appetit, lass nicht los, du machst mich kaputt. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich noch ein bisschen sportiert. Nur dann schlitz ich wieder wie ein Arsch. Du hast meine Liebe nicht verdient, und raubst für meine letzte Energie. Ich will meine Hürde nicht verlieren, jetzt ohne dich ohne dich weiterziehen. Egal wie lang diesen Kampf werde ich gewinnen, damit ich wieder ich bin.